so hello meine lieben leutchen ja wie man sieht sonnenschein also das wetter ist echt vom bastisch beziehungsweise die letzten tage war ein bisschen regen warm war es aber schon ordentlich verregnet aber heute ist echt 18 grad sonnenschein also was was will man mehr als motorradfahrer vor allem jetzt hier noch mit dem märz aber damit kann man echt zufrieden sein wenn wir jetzt noch den regen bisschen reduzieren könnten damit mehr solche tage dabei sind und konstanter sind dann wäre es noch eine spur besser wir wollen uns ja nicht beschweren so heutiges video wir wollen ja also was wir machen wollen im heutigen video wenn wir irgendwann hier rausgekommen sind ist es mal jetzt richtung offene autobahn zu fahren um mal so zu gucken ganz entspannt natürlich ja was so geht also das wird jetzt hier sicherlich kein top speed test video weil ja ich taste mich da langsam ran das solltet ihr übrigens auch machen weil ja das ist für mich jetzt hier schon leistungstechnisch eine andere hausnummer als die ninja 650 da wird schon denke ich deutlich mehr gehen dann ist sind die temperaturen ja schon gut jetzt da was können natürlich auch noch wärmer sein dann wäre es noch ein bisschen geschickter und ja deswegen wir gucken einfach mal so ein bisschen auch wie viel auf der autobahn los ist und ja tasten uns mal so stück stückchen für stückchen voran und ja mal gucken wo wir am ende raus kommen speed technisch bin auf jeden fall gespannt weil so wie sich das jetzt einfach schon immer anfühlt ist ja echt eine wucht deswegen mal gucken ja wo wir raus kommen wie gesagt wird sicherlich kein top speed wer weiß vielleicht fühlt sich alles so gut an dass wir in die richtung gehen aber da schauen wir jetzt einfach ganz entspannt und ja ich fahr jetzt zur autobahn und dann hole ich euch wieder dazu so macht muss also bis gleich leute bei der autobahn also leute handy mache ich jetzt nämlich hier vorne weg damit ihr auch eine klare sicht aus cockpit hat wenn wir jetzt gleich auf die autobahn fahren wir sind ja bei so einem park and ride vor der auffahrt der autobahn ich habe schon so ein bisschen drauf gucken können sieht jetzt irgendwie nicht so gut aus aber ja wir wir gucken einfach mal eine mache ganz entspannt und schauen mal aber wenn das handy hier ist wenn ich mich nach so auf den tank bisschen drauf schmeißt damit ist ja ein bisschen richtiges feeling hat ja dann seht ihr glaubt nur handy deswegen packen wir das jetzt weg ja und dann geht's los maschine ist mehr als warm also da können wir jetzt schon ein bisschen gummi geben die 1000 km und auch danach ist jetzt gut bisschen eingefahren wir haben jetzt knapp 15 auf der uhr aufnehmen tun wir wunderbar ja dann würde ich sagen let's go gucken wir mal hier gibt es so ein kleines stück wir können so ein bisschen von auffahrt zu auffahrt immer fahren also immer hin und her handy ist gut verstaut jawohl einmal wenn dann ein bisschen bein muskeln top 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 da war ein kleinchen gefährlich gefährlich freie fahrt bin gespannt heute schon ein bisschen aufgeregt aber wir gucken jetzt mal zusammen was so geht haben wir jetzt schon ein bisschen mit dem erste nach hinten positioniert sieht das racing mäßig dann ausfühlt sich auch so an mal gucken ich bin echt gespannt die beschleunigung war schon mal vom feinsten das geht schon ab wenn man da einfach in bestimmte drehtal bereiche kommt das ist wahnsinn jetzt gucken wir mal vielleicht die andere seite oder sich halt ja keine ahnung wegen was da ist auch begrenzt ja hier ist irgendwie baustellentechnisch wohl was haben wir ja gut erwischt gut erwischt ich war hier schon lange nicht mehr auf der autobahn aber früher konnte man hier noch naja vielleicht ist die andere seite besser wir gucken mal also der beschleunigungsstreifen war geil aber danach ging jetzt nicht wirklich viel das ist echt wenn da die drehzahlen wenn man oben unterwegs ist dann schießt die los mamma mia ich glaube jetzt auch weiterfahren mit der baustelle da vorne das macht definitiv kein sinn da wüsste ich nicht wann es dann wieder besser wird deswegen probieren wir mal the other side of the highway sonst hatten wir immer ein bisschen beschleunigungsstreifen action hey sonst war das heute nice try aber autobahn sagt nein auf jeden fall den beschleunigungsstreifen den kann uns keiner nehmen den kann uns keiner nehmen aber mit quickshifter macht richtig spannend ok der ist kürzer ok den kann man uns doch nehmen oh man ok hier fahren jetzt schon manche autos deutlich schneller vielleicht wissen die von was was kommt die vorne guckt auch wieder vorbei jetzt ah seht ihr es leute hallo ok 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 das wollten wir sehen jetzt brauchen wir nur mehr platz 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 machen oh leute leute ich habe schon eine 2 gesehen oh mein gott es fühlt sich richtig gut an muss ich sagen also ich fühle mich wohl Motorrad liegt super hier kam jetzt der gefühl ordentlich wind entgegen ey das ist dann schon heftig aber ich muss sagen also hier hat es sich gut angefühlt also Motorrad hat es nicht irgendwie wie biert großartig gewackelt oder so also alles recht alles angenehm und super hier geht es schon direkt wieder drauf wunderbar sehen wir noch auf jo so 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 Jo, jetzt ging doch mal was. So, jetzt mal wieder ein bisschen runterkommen, ein bisschen entspannen. Das ist auch ganz wichtig, aber ja, das passt, dafür ist jetzt auch einfach zu viel los und dann immer so Stellen, sag ich mal, finden, wo es dann, ja, fast für ein bisschen dann hochbeschleunigen. Aber jetzt ging ein bisschen was, ich glaube, ich weiß gar nicht, 213, 14, 15, irgendwie sowas um den Dreh, habe ich, glaube ich, gesehen. Also, puh, ja, schon, ja, sehr nice, auch du schnellst, was ich jetzt jemals mit dem Motorrad gefahren bin. Ja, deswegen, das langt jetzt für das erste Mal mit der Honda, jetzt ist die auch mal ordentlich hier gedreht worden, du. So, ah, da geht auf jeden Fall noch was, da geht auf jeden Fall noch was. Jo, Leute, jetzt, puh, muss ich erst mal durchschnaufen und dann, ja, ich bin noch ein bisschen weg, ich bin noch ein bisschen weg. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer gerne Like, Kommentar und vor allem ein kostenloses Abo da lassen, da würde ich mich noch freuen, dann verpasst ihr nichts, ihr unterstützt mich da mit super. Und ja, beim nächsten Mal auf der Autobahn haben wir hoffentlich ein bisschen mehr Glück mit Verkehr, äh, etc. Und genau, dann schauen wir noch mal ein bisschen intensiver, was da so geht, ne? Also, Leute, wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, ade. Bis dann, bis dann.